Ich muss mich immer kurz im Tutorial orientieren, ich muss hier auch das Dach hin, deswegen ist es wahrscheinlich fast wurscht von welcher Seite wir ausarbeiten. Aha, ok. Jetzt haben wir das Problem. So, hier kann man ja gut ansetzen, dann kann man hier das Spiel fortsetzen. Dann muss ich nochmal schauen, sieht natürlich hier sehr episch aus. Oha, ein schönes Enderman. Ich glaube so. Ok. Ok. Und dann hier noch eine Stufe höher. Sekunde. Hm, deswegen verwirrt. Dachbau. Der Dachbau war bei mir schon immer schwierig. Ok, das ist weg. Minecraft A nur die Kirche, wenn ich die gebaut habe, das war ein Dach. Uff. Da braucht ich auch ein paar Anläufe. Das sind Schlepps, die jetzt da herankommen. Wirken. Wirken. Fichten. Fichten. Schlepps. Auch Stufe genannt. Wir wollen ja auch, dass das gut aussieht. Wenn es mal fertig ist. Wirken. Wirken noch ein bisschen über die Grenzen weg. Und den Tenderrand hinaus. Ok. Und so machen wir dann die Abstufung. Wirken hier. Zack. So. 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 Da kommt das nächste hin. Versteher. so gibt es in mein kopf keine schwerkraft so können schwebende blöcke existieren ganz praktisch zu bauen so können ganz schwebende wasser existieren das hat wirklich luftschlüssel für alle die es noch nicht kennen minecraft post hier muss ich nichts mehr erzählen und